Das sieht nach einer kleinen Straße aus, einer relativ kleinen, da fahre ich jetzt mal... Uaaaaah! Frenkel frottelt. Heute. Let's play. Euro Truck Simulator 2. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zum nächsten Livestream heute mit dem Euro Truck Simulator 2 im Singleplayer-Modus. Ich habe eine neue Map installiert, die ich euch zeigen möchte heute, und zwar eine Skandinavien-Rundfahrt möchte ich machen mit den Pro-Mods, so heißen die Dinger. Ja, weil ich mir gedacht habe, das Add-on, das haben sie ja verschoben bis auf nächstes Jahr. Und ja, warum aufs Add-on warten, wenn man das hier schon mit der Mod fahren kann? Äh, ja. Wir werfen mal einen kurzen Blick auf, ähm, die Karte. Dann seht ihr, ich bin jetzt hier ganz im Norden von Deutschland. Äh, dat hier ist mein LKW, der steht da gerade noch so ein bisschen doof rum. Und ihr seht, da kann man ganz da nach oben fahren. Und das werde ich jetzt machen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Theoretisch können wir ganz da hochfahren und, äh, ja, bis Stockholm und dann hier vielleicht sogar noch rüber, keine Ahnung. Man könnte auch theoretisch hier sogar noch hoch nach Finnland. Also, ähm, große Auswahl. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal hier mich durchschlagen nach Burg auf Fehmarn, so war der Plan. Und dann kann ich hier auf die Fähre und dort übersetzen und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Auftrag kriegen. Ähm, weil hier ist ja noch nix gerade. Moment, ich hätte in Hamburg, könnte ich was holen, in Rostock, aber das wäre ja blödsinnig. Wir fahren erstmal nach Kopenhagen und da holen wir uns einen Auftrag. Ach, so würde ich sagen, machen wir das. So, äh, ja, da könnt ihr auch schon mal sehen, der Truck ist ja jetzt momentan noch allein. Und links oben seht ihr das Schild, da geht's nach Fehmarn und das machen wir jetzt mal. Hippepora, es läuft anscheinend. Und anscheinend, ähm, habt ihr auch Ton. Genau, also. Auf geht's. Wie soll ich jetzt eigentlich fahren ohne Navigationssystem? Moment. So sieht das schon besser aus. Also, auf geht's. Ihr könnt auch natürlich, äh, wieder Fragen stellen. Im, äh, Live-Chat. Und dann werden welche ausgewählt von meinen Moderatoren. Weil ich unmöglich den, ähm, den ganzen Chat im Auge behalten kann. So. Versuche ich einigermaßen geradeaus zu fahren. Ihr wisst ja, ich fahre mit Tastatur, mit Lenkrad und so, das ist ja was für Luschen. Ich kann bei der Gelegenheit auch, ähm, gerade mal was loswerden zum Thema Multiplayer-Modus. Den werde ich in, äh, nächster Zeit nicht spielen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die Entwickler der Mod haben ja Probleme gehabt. Die hatten einen Hacker-Angriff. Und, ähm, diese Hacker sind durchgekommen, haben irgendwie eine Sicherheitslücke gerissen. Daraufhin haben die Entwickler ihre Server erstmal abgeschaltet und haben gemeint, sie, ähm, lassen die Server geschlossen für vier Wochen oder sowas und wollen sich ein eigenes Login-System programmieren. Wahrscheinlich haben sie dann so viel Druck gekriegt von außen von den Spielern, dass sie die Server doch wieder gestartet haben. Und momentan kann man da aber nur Free-Roam fahren. Und zwar auch, ähm, auf dem normalen Server. Das heißt, auch da überall No-Collision. Und das ist total für den Arsch. Weil, wo ist denn da der Reiz, wenn man, äh, durch alles durchfahren kann, völlig unfallfrei. Und der zweite Punkt ist, solange die kein Update abgeliefert haben, fühle ich mich, ähm, nicht so ganz sicher mit dem Multiplayer-Modus. Sprich, ähm, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Hacker da irgendwas, ähm, wirklich Schädliches anstellen, ist ja gering. Aber es besteht zumindest die Möglichkeit. Und, ähm, da ich hier von meinem PC lebe, möchte ich es nicht riskieren, dass mir da irgendwelche Idioten irgendwie Schadsoftware einschleusen. Ich habe noch sieben Multiplayer-Folgen oder so, oder acht, glaube ich, noch auf Vorrat. Und zwischendrin, äh, zeige ich dann im Kanal halt Singleplayer. So. Jetzt sind wir ja auch gleich schon da hier, ne? Ja, diese Pro-Mods habe ich installiert, nachdem ein Zuschauer mir die mal empfohlen hat. Und die habe ich bislang ja noch nie gezeigt. Oder dachte ich mir, da fahren wir die mal. So. Putt Garden. Und da ist ja auch schon die Fähre. Epipura. Ich bin ja gespannt. Ist ja schade, dass diese Mod, also diese Map dann zum Beispiel nicht mit der TSM kompatibel ist, weil das würde sich natürlich super ergänzen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Jetzt muss ich erst mal schauen, kann ich eigentlich einfach so mit der... Ja, ja, kann ich, ne? Ich kann schon einfach hier so fahren, auch ohne Auftrag. Ich hätte tanken müssen mal. Naja. Kriegen wir schon. Aufbrechen. Jetzt werde ich jetzt mal einen Schluck trinken. Das Ganze hier, der ganze Spaß, der wird natürlich auch wieder hochgeladen auf meinem Kanal. Ist klar. Und ich lasse auch eine Facecam mitlaufen. Das könnt ihr dann, wenn ihr dann im Kanal guckt, könnt ihr doch nochmal mit Facecam gucken. Das ist ja mal holprig hier. Herum, herum um die Kurve. Jetzt müssen wir erst mal natürlich eine Stadt finden. Hier ist ja kein Linksverkehr, ne, oder? Das sieht ja irgendwie aus wie auf einer Rennstrecke gerade. So. Irgendwo wird dann mal wieder eine Stadt kommen, hoffe ich, ne? Da könnten wir übernachten, aber das brauchen wir nicht. Ist auch mal ganz schön, mal wieder mit einem Scania zu fahren. Und mit Mods natürlich. Und mit Lackierung und so. Momentan kann ich jetzt nicht in den Chat reingucken, weil ich, wie gesagt, mich versuche zu konzentrieren, dass ich die Kurven schaffe. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter hier auf der Map. Wann kommt denn da mal was? Okay, da müssen wir noch ein Stück fahren, aber auf dem Weg ist wenigstens noch eine Tankstelle. So, jetzt habe ich gerade gedacht, da rennt ein Hase rechts übers Feld. Aber ich glaube, das ist ein Dreckklumpen auf meinem Monitor. Verdammte Axt. So. Twitch Rendering Online sagen meine Moderatoren. Das heißt, so viel wie ihr könnt jetzt die Qualität einstellen. Das geht immer nur ab einer gewissen Anzahl an Zuschauern. Wie viel haben wir denn überhaupt? Weil das war... Moment, Moment, Moment. Ich muss da lang. Glaube ich. Oder? Oder? Das war ja relativ kurzfristig anberaumt hier. Ich hoffe, dass noch ein paar dazustoßen. Soweit ich weiß, müsstet ihr ja eine Nachricht kriegen, wenn ihr mich abonniert habt oder so. Müsstet ihr ja eine Nachricht kriegen, dass ich online gegangen bin, ne? Ja, so. Ja, ich habe gerade mal wieder auf den Live-Chat geguckt und da guckt man doch ganz leicht mal ein bisschen von der Straße ab. Okay, da vorne muss da eine Tanke sein. Ich hoffe, auf der richtigen Seite. Okay. Okay. Ich sag's doch. Ein Traum. Wie vorbereitet. Da kann ich auch noch mal in den Chat gucken. So, ich habe keine Ahnung, was in Skandinavien der Sprit kostet. Ich hoffe nicht so viel wie Alkohol. Sonst habe ich ein Problem. So, dann tanke ich mal schnell voll und dann gucke ich mal in den Chat. 129 Zuschauer. Na gut, das ist ganz in Ordnung dafür, dass es echt kurzfristig anberaumt worden ist. 200 wäre natürlich toll. Wann kommt Mone in den Livestream? Das wird wohl nie der Fall sein. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil irgendjemand von uns muss ja wohl immer auf den Look aufpassen. Außer wir machen mal einen Livestream mitten in der Nacht. Aber ich glaube, da ist Mone auch nicht begeistert von. Muss ich sie mal fragen. So, jetzt muss ich mal erst mal schauen, wo ich überhaupt hin will. Da vorne geht es links und rechts. Gut, hier sieht man noch nichts. Was haben wir gesagt? Nach Kopenhagen, ne? Fahren wir mal nach Kopenhagen. Da hole ich wieder meinen Auftrag ab. Und dann hoffe ich mal, dass uns das nach Norden führt. Weil aus dem Süden kommen wir ja. Das wäre ja langweilig. So, der Kepu94. Kepu, ich weiß nicht, ob es alle wissen. Kepu, den habe ich ja mal getroffen. Bei der Gamescom. Und Kepu, das heißt Cabin Pumuckl. Ist ein bisschen ein komischer Name, aber die deutschen Standesämter, die sehen das ja nicht mehr so eng heutzutage. Und der hat gefragt, ob wieder alkoholfreies Bier bereit steht. Natürlich steht alkoholfreies Bier bereit. Ich habe ja auch schon wieder getrunken. Ihr habt es bloß nicht gesehen. Also außer, ihr schaut jetzt in meinem Kanal. Man muss das immer wieder dazu erwähnen, weil es gibt dann so Dämmlacken, die schreiben drunter, ey was, ich habe es doch gesehen, da ist doch eine Facecam. Ja, das ist ein aufgezeichneter Livestream, versteht ihr? Und da war die Facecam nicht mit bei. Das mache ich immer als Bonus dann für den Kanal. Habt ihr verstanden, ne? Weil schon wieder irgendwelche Torfnasen neulich an einem Gewinnspiel teilnehmen wollten. Wobei ich in dem Video extra gesagt habe, dass das Gewinnspiel, wenn es auf dem Kanal hochgeladen ist, das Video schon längst vorbei ist. Aber vergebene Liebesmühe ist das alles. Oh, guck mal, da ist voll da viel Flugzeug. Das ist schon das Zweite, ey. Kopenhagen ist doch ein kleines Kaff, oder? Die haben doch keinen Flughafen. Ja. Alle Feuerwehrleute schreiben jetzt bitte in die Kommentare unten rein, was? Kopenhagen ist doch kein Kaff. Da gibt es doch einen riesen Flughafen. Verzeihung. Mache ich mir schon wieder Feinde und Dislikes. Aber das geht ja auf Twitch gar nicht, ne? Da gibt es ja gar keine Dislikes, glaube ich. So, jetzt kommen wir hier in das Kaff Kopenhagen. KK. Und jetzt schauen wir mal. Eigentlich könnte ich ja jetzt schon mal den Auftragsplitschraum aufrufen, ne? Obwohl. Egal. Ich muss erst mal gucken, ob ich irgendwo eine Gelegenheit finde, mal kurz anzuhalten. Ach, das ist ja völlig egal. Ich spiele ja Singleplayer. Da kann ich ja einfach Escape machen und dann ist ja die Zeit eingefroren. Ach, ein Traum. Wie habe ich das vermisst? So, das ist ein bisschen sehr groß, der Maßstab hier. Ähm, ja. Trotzdem wollen wir natürlich realistisch fahren. Also ich werde jetzt mal, ich fahre jetzt mal hier runter. Oh, da ist der Flughafen. Ich habe es doch gewusst, dass hier irgendwo ein Nest sein muss. So, fahren wir mal lieber ein bisschen rechts. Ja, Freunde. Wenn ihr dann in meinem Kanal seid, ja, dann könnt ihr auch unten in die Videobeschreibung reinschauen. Dann seht ihr, welche neuen Mods ich überhaupt alle installiert habe. Das hat mir der Darcy wieder zusammengestellt. Meine Mod-Expertin, wollte ich jetzt fast sagen. Ähm, wo fahre ich hin? Wo fahre ich hin? Ich fühle mich gerade ein bisschen, das ist ja eine etwas große Stadt hier, ne? Ich fühle mich gerade ein bisschen überfordert hier. Ich bin noch ein Land-Ei. Kann ich nicht irgendwo mal einen Bürgersteig finden, wo ich mal kurz anhalten kann? Warte mal, da vorne ist, glaube ich, da eine kleinere Straße. Wenn man da rausfährt, vermute ich mal. Und dann verschaffen wir uns mal einen Überblick hier. So, runter hier. Blinker aus. So. Das erscheint mir echt riesengroß, das Ding. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich weiß gar nicht, ob Kopenhagen, nee, also die, ich glaube, diese Städte sind im Urzustand alle gar nicht mit dabei. Das ist ja der Gag, das sieht man ja auf der Karte ganz gut. Ich muss das dann noch mal ganz kurz zeigen. Das sieht nach einer kleinen Straße aus, einer relativ kleinen, da fahre ich jetzt mal... UAH! Haben wir nicht... Ja, ja, ist nichts passiert. Keine Ahnung, wo jetzt dieses Schild herkam. Wer macht denn da ein Schild mitten auf die Straße? Ach, jetzt bin ich erst angekommen, ne? Ja, ja, die Verkehrsplaner. Einfach keine Ahnung, die Deppen. Das kommt davon, wenn man irgendwie mal kurz den Blick abwendet. so. Ähm, 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 ich glaube, ich fahre jetzt mal da rechts rein. So rein das Gefühl. Das sieht wenig los gerade, ne? Weil Nacht ist. Ähm. So. Da wird's grün, aber kann ich gerade auch mal hier da anhalten. Das ist ja scheißegal gerade, ne? So. Jetzt, äh, steigen wir erst mal aus. Jetzt machen wir erst mal einen Blick hier auf diese Stadt. Was bei Nacht irgendwie ein bisschen sinnlos ist, aber... Das ist ja scheißegal gerade. Jetzt machen wir erst mal aus. Jetzt machen wir erst mal aus. Dann machen wir erst mal aus. Vielen Dank.